ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Hier unten, glaub ich. Das war der Weg. Ich glaub, hier unten. Den Weg muss ich gehen, glaub ich. Ich glaub, der war das. Ja, der sieht gut aus. Gibt's hier unten? Hm, Herz. Ah, du bist schon da direkt. Boah, hab ich mich erschreckt. Boah. Oh, Mist. Hat sie mich voll erwischt. Na, komm. Spring, spring, spring. So. Kann ich dich einmal treffen? Kann ich dich zweimal treffen? Und? Na? Komm. Dreimal. So. Und wieder einen Schlüssel gefangen. Haha, Small Key. So, jetzt kann ich den letzten auch befreien. Hab ich mich doch noch einmal erwischen lassen. Oh, Mann. Ich war afraid you were going to forget about me. Nein. Now I'm free. Thanks. I'm Shiro the Carpenter. For rescuing me, I'll tell you something interesting about the desert that I overheard the Gerudos talking about. Ah, er sagt mal was über die Wüste. They said, in order to cross the haunted wasteland, you need the eye of truth. The Colossus is on the far side of the wasteland. Wir brauchen das Auge der Wald, das haben wir zum Glück. Okay, now I'm going back to my tent near Gerudo Valley. So, drop by sometime. You may find something helpful here. Bye. Bye. Yep. Mal gucken. Tschüss. Oh, I've seen your fine work. To get past the guards here, you must have good thieving skills. I used to think that all men besides the great Ganondorf were useless, but now that I've seen you, I don't think so anymore. The exalted Nabooru, our leader, put me in charge of this fortress. Nabooru is the second in command to get to the great Ganondorf, king of the Gerudo thieves. Her headquarters are in the Spirit-Tempel, which is at the end of the desert. Say, you must want to become one of us, eh? Alright then, you're in from now on. Take this. With it, you will have free access to all areas of the fortress. Yay, wir kriegen die Membership-Card von den Gerudos und können jetzt überall hier rumlaufen. Wie wir lustig sind. Was ich sehr nett finde. Können wir uns hier gemütlich amüsieren, überall hinlaufen. Weiß der Gaia wo. Nein, der Gaia weiß es nicht nur, sondern ich weiß es auch. Hier können wir theoretisch schon rein, das werden wir aber später machen. Ähm. Ich werde jetzt mal hier rumgehen. Hallo, erstmal mit dir reden. Hey, Newcomer. Ja, hey. Und, ich werde mal Epona rufen. Wir haben nämlich ein bisschen Spaß vor uns. Jetzt gibt's ein bisschen Spaß. Für einen, für mich. Wäre das lustig. Epona. 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 Wir brauchen dich nämlich. Kleine Brünne. Halt. Nicht da rein. Wäre doch ein bisschen, äh, gefährlich, so ein Pferd im Haus. So. Laufen wir mal hier hoch. Wir sehen hier schon einen großen CD-Player. Sieht zumindest auf der Karte so aus. Nein, das ist was viel Schöneres. Nein, stimmt. Spiegel. Hey, Newcomer. You have a fine horse. I don't know where you stole it from, but... Okay, how about challenging this horseback archery? Once the horse starts galloping, shoot the targets with your arrows. Let's see how many points you can score. You get 20 arrows. If you can score a thousand points, I will give you something good. Do you want to try again for 20 rupees? Ja, again for... 20 Rubini Geld haben wir genügend. So. Wir machen... Schießen vom Pferd aus. Bogenschießen vom Pferd. So. Was ganz schön ist... Wir können hier diese Pötte umschießen. So. 60 Punkte. 60 ist doch nichts. Gut, da kommen wir leider nicht hoch. Ähm. So. Die Pötte können wir umhaben. 100. So. Und jetzt die letzten da hin. Naja. 1140. Immerhin. Schon mal die 1000 geknackt. Ist doch super, ne? So muss es sein. Fantastic. You're the ultimate master. Ja, klar. I will give you this item. Once you have this equipment, the only thing left to improve is yourself. Ein Herzstein. You got a piece of heart. Now you've collected three. Ja, klar. Wir haben drei Teile. Wir bauen noch eins. So. Nochmal. Hey. 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 Rookie. Ich will get it. I will do it. Okay. Werden wir hier die Pötte natürlich erstmal schießen. Oh Gott. Naja. So. Dann werden wir mal hier drauf schießen. Naja. 30. Ähm. Ist jetzt nicht so der Hammer. So. So. Die Pötte. Ach. 60 nur. Na gut. Das wird nichts. Naja. Nicht der Hammer. Ja. War nicht so doll. Natürlich. Ich möchte es nochmal probieren. Ist doch kein Ding. Ich will da schaffen. Wir werden es schaffen. So. Epona. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch da hinten gleich. Och Gott. So. Tada. Tada. So. 700 Punkte haben wir schon mal. Elf Pfeile haben wir noch. Jetzt müssen wir auch mit Fast-Team das Ziel treffen. Okay. Oh. Das war schon mal nicht gut. So. 1020. Schlecht. 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 Oh Gott. Okay. Ich muss etwas mehr Pfeile vorher verballern. Ja. Quite impressive. Naja. Ich muss etwas mehr Pfeile vorher verballern. Ähm. Auf diese Mittelscheiben. Da habe ich doch zu wenig getan. Oh Gott. Oder auf die schreibe ich am Ende. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ne. Das kann ich schon wieder jetzt nicht mehr schaffen. Ähm. Da kann ich hier nochmal einen Skillshot machen. Der nichts wird. Oh mein Gott. Sieht ja ganz schlimm aus. Jämmerlich. War ja jetzt. Ja gut. Da war die Konzentration. Ist weg. Wahaha. Da hat sie mich auch ausgelacht. Für. War die Konzentration weg. Okay. Komm ihr Pona. Wir schaffen das doch. Scheiße. Ärgerlich. Na gut. Ich kann es schon wieder nicht mehr schaffen. Schön. Da ist wieder die Motivation raus. Gut. Ähm. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr zielen. Ich kann es noch nicht mehr zielen. 100 getroffen. Immerhin. Cool. Na immerhin über 1000. 1500 zu schaffen ist natürlich ganz erbärmlich. Äh. Ganz erbärmlich. Nicht. Ganz schwer. Da werden wir eine Weile dran sitzen. Wie gesagt. Ihr seht. 1000 ist nicht so schwer. Scheiße. Scheiße. Nein. So. Och. 30. Gott. Nee. So was schlimm ist. Okay. Na. Das war's. Das war's. Alter. Wie erbärmlich schieße ich denn? Okay. Wir haben noch genügend Rubinum. Wir können es noch 1000 Mal versuchen. Fast zumindest. Vielleicht sollte man auch einfach mal probieren. Da hinten auf die Scheibe zu schicken. So. Die haben wir schon mal getroffen. 30. Na. Eine 100 schon mal. So. Kommt Leute. Schaffen wir doch. So. Ich muss nur... Das ist doch schlimm. Ich treffe es einfach nicht. Naja. Okay. Ich werde mal eine neue Taktik ausprobieren. Ich lasse das mal mit den Töpfen. Und schieße einfach nur auf die Scheiben. Das könnte man auch schaffen. Dann könnte man es vielleicht schaffen. Naja. Zumindest wenn man die 100 Mal trifft. Ich glaube ich sollte doch die Töpfe lieber mitnehmen. Ich schieße jetzt einmal die ganze Zeit da hinten auf die Scheibe. Oh Gott. Da hat er es nun mal gezählt, obwohl ich reingetroffen hatte. Das ist ja merkwürdig. Okay. Ich nehme die Kisten wieder mit. Ja. Ich möchte nochmal. Komm. Solange wir es dann noch 100 haben, können wir es gerne. Wir treiben das Spielchen. Los. Ich will das schaffen. Nein. Ah. Der letzte verpasst. Oh Scheiße. Ich mache aber auch einen Scheiß hier. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. So. Den haben wir erwischt. Oh. Na ja. Okay. Die Pötte haben wir getroffen diesmal. Ja. Das geht nochmal. Okay. Also ich werde die ersten Pfeile mal auf die Scheiben schießen. Und dann erst anfangen auf die Pötte zu ballern. Ähm. Gut. Okay. Wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Wir haben noch 10 Pfeile und wir haben 660 Punkte. Das heißt. Äh. Jeder Pfeil in die 100. Dann ist das alles kein Problem. So ist er schon mal Mist. So. Komm. Nein. Nein. Och Mann. Scheiße. Das muss doch mal irgendwie gehen. Ich komme noch nicht mal zu, alle Pfeile zu verballern. Ach noch mal. Ach Gott. Das kann ich ja total vergessen. So. Voll verballert. Dann ist immerhin er vorbei. Ja. Ich bin normal. Vielleicht muss ich es auch einfach mal anders machen. So. Ganz in Ruhe. So. 860 Punkte haben wir. Jetzt. Komm. Nein. Scheiße. Hätte ich noch ein Pfeil ballern können. Oh Mann. Ein Pfeil. Ein Pfeil hat gefehlt. Ach. Ehrlich. 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 Scheiße. Scheiße. Das kann schon wieder nichts mehr werden. Juhu. Freefall. Baller, baller, baller. Menno. Das eben war so knapp. 1460. Oder was das war. Ach was eng. Ja. meh. Naja. Toll ist auch was anderes. Ja, ich möchte gern noch mal spielen. Warum auch nicht? Ganz ruhig, wo ging das hin? Nein! Oh Gott, nee. So eine Scheiße. So. Ich bin mal ein bisschen aufgeholt hier. Na ja. Am Ende noch ein bisschen hochgekommen. Das sah man sowieso, dass das nichts wird. Nachdem meine ganzen Pötche schon wieder verfehlt haben. So, kommt Leute. Ich kann das doch. Ah, die 60 musst du nicht sein. Ah, die 60 musst du nicht sein. Mann ey, ich komm auch so immer, weil ich denke, oh, noch vier Pfeile, aber mir fehlt noch so viel. Das ist doch echt ärgerlich. So, wenn ich die Pötte gleich mal treffen will, so auf den ersten Ansatz, das wär's doch. So, ja, so, zehn Pfeile, 930 Punkte, das können wir auch noch schaffen. Das schaffen wir jetzt, kommt Leute, das schaffen wir. Nein, doch, 1520, es reicht ja. Oh, I'll be damned, you are true master, I will give you an item sweetable for a master. This Kwever is very important to me, I want to have it, you to have it, take good care of it, okay. Ja, der große Köcher. Oh, Leute, jetzt bin ich so fertig. Die Zeit ist auch rum, die Folge ist vorbei, wir haben jetzt den großen Köcher. Ich bin völlig am Ende meiner Kräfte, bin froh, dass wir es geschafft haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mac-D тем-